Also ich erforsche als Wissenschaftler, welche Dinge wir schön finden, aber eben auch ganz besonders interessiert mich, warum uns Kunstwerke gefallen, besonders dann, wenn sie eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so schön sind. Besonders spannend finde ich, dass wir erforscht haben, wie Schönheit Emotionen auslöst und dass man bei Kunstwerken, selbst wenn sie grausliche, negative Dinge darstellen, eigentlich positive Emotionen empfinden kann. Was ich gerne wissen würde, ob wir irgendwann von der Psyche des Menschen genug verstehen, um so furchtbare Dinge wie Kriege zu verhindern. Was ist eine sehr gute Fragestellung? Eine sehr gute Fragestellung, das ist das, was wir vorab im Antrag immer formulieren. Dann braucht es viel Fleiß und Freiraum für Innovation, wenn sich während des Projekts plötzlich neue Dinge auftun, die man auch erforschen möchte. Das ist in meinem Fall ganz einfach. Wenn ich nicht Psychologe geworden wäre, der die Kunst erforscht, dann wäre ich gerne Künstler geworden, der Kunst herstellt, die dann die Psychologen anschauen könnten. Was ist eine sehr gute Fragestellung? Ich fände es toll, wenn wir eine Professur für die Psychologie der Evolution hätten, zeigen, weil wir wissen, dass so vieles von dem, was wir sind, durch die Evolution bestimmt ist. Und die Psychologen manchmal darüber noch viel zu wenig Wissen oder zu einfache Modelle haben. Was ist eine sehr gute Fragestellung? In meinem Fach wäre es sehr spannend, den gar nicht so lange verschorbenen Ernst Gombrich zu befragen, was er von der Entwicklung der letzten 20 Jahre, wo die Ästhetik sich so mit den Neurowissenschaften verschränkt hat, zu diskutieren, wie er das heute sähe. Ja, das hört sich an wie der Beginn eines Witzes, der durchaus kein guter Witz sein kann. Als Lehrer setze ich mich dafür ein, dass die Studierenden das erworbene Wissen versuchen, breit anzuwenden. Dass sie durchaus auch überlegen, politische Verantwortung zu übernehmen, da wo Psychologie politische Konsequenzen hat, weil die nächste Generation, das sind diejenigen, die unsere Zukunft gestalten sollen. Und dafür verantwortlich zu denken, das fände ich ein tolles Ziel. Ich würde meinen Studierenden nahelegen, während ihres Studiums mit Erasmus oder anderen Programmen ins Ausland zu gehen, andere Länder, andere Menschen und andere Institutionen kennenzulernen.